Hello everybody, welcome back to FIFA 14 Demo. Wir fangen an mit Anstoß oder auch nicht? Natürlich fangen wir an mit Anstoß. So, kurzes, kleines Problem und los geht's. Wir sind wieder zu zweit. Basti ist wieder mit dabei. Servus. Grüß euch. Servus. Servus. So, wir spielen zusammen in einer Mannschaft und wir haben uns jetzt gerade entschieden, wir spielen, es hat hier, man hat nicht viel Auswahl, aber wir haben überlegt, wir nehmen die schlechtesten, die hier da sind, das ist Boca Juniors. Sich defensiv. Ja, das wird lustig und haben uns entschieden, dass wir gegen die FC aus Barcelona spielen, die mal wesentlich besser sind als wir, aber wir probieren es einfach mal. Nein. Sich defensiv. Na, wird überbewertet. Zack. So, Trikot. Oh ja, unbedingt. Jetzt warte mal. Vielleicht so? Ja, das schaut doch gut aus. Wir haben nur die zwei. Nur die zwei. Passt. Nehmen wir. Gut, das schaut gut aus. Halbprofi, drei Minuten und das Wetter ist heiter. Dann spielen wir weiter. Teammanagement brauchst du nicht schauen, da kenne ich. Nein, von der Mannschaft kenne ich auch keinen. So, hier haben wir wieder ein Mini-Level. Brosse-Level. Für einen Lupfer hältst du L1 gedrückt, während du mit Kreis einen Schuss auflädst. Bei dieser Übung sollst du den Ball über die Mauer lupfen und das Tor besser noch das Ziel treffen. Die Ziele werden aktiviert, wenn du im von Hütchen abgesteckten Bereich den Ball hast. Heute gibt es keinen Fünfer. Heute gibt es keinen Fünfer? Schade. Jetzt aber. Jetzt aber. Hat er geübt, heimlich. So was. Rotes Hütchen. Ah, das haben wir nicht gesehen. Ja, okay. Dann weiter zum Spiel. Es gibt mehrere nette Minispielchen. Eins davon ist dieses hier. Und los geht's. Das wird was werden. Die schlechteste Mannschaft gegen die beste Mannschaft. Also eigentlich nur hinten alles raushauen. Ja, alle umhauen, alles raushauen. Messi umhauen, Neymar umhauen. Bast. Machen wir. Und da stehen sie da. Hey, hast du gesehen? Links und rechts Kamera, Leute. Auch nicht schlecht. Einen Kameramann den anderen. Ja. Dann haben sie sich gegenseitig fotografiert und gefilmt. Neymar, schau, Messi. Ich bin schon nebeneinander. Xavi. Ja. Okay. Dann würde ich sagen. Wir drücken heute mal ein bisschen früher drauf. Ja, ja, ja. Wir drücken jetzt. Sind wir das? Ja. Ich kenne das Trikot nicht. Okay, Basti ist das blaue Hütchen und ich das rote. Oh, sind wir schnell. Der andere dehnt sich noch. Der hat Zeit. Ja, natürlich. Da legt die da was. Ja, natürlich. Pressiert doch nichts. Ja, oh, oh, oh. Die Pässe sind aber genau. Hast du die Ballkontrolle gesehen? Ja. Das war gar keine. Zieht euch warm an. Hey. Hey, der hat mich festgehalten. Ja, genau. Elfer. Nein, Freistoß. Nein, der hat mich festgehalten. Siehst du? Boah. Ja, ja, und dann ist... Nein. Aber cool. Er hat nicht meinen Vorteil weiterlaufen lassen. Weil der raus sieht... Ja. Diesmal verarscht mit dem anderen. Oh, schade. Man muss sagen... Ja, stimmt. Boca Juniors gegen Barcelona und wir haben den ersten Torschuss gemacht. Bloß weg von da. Ja, ja, wir sind noch im Abgriffsmodus. Herr Bitter. Wie ihr hört, die Kommentators sind in der Demo-Version auf Englisch. Das sollte hoffentlich beim deutschen Spiel dann anders sein. Vielleicht will man sie ab und zu gar nicht hören. Nein, stimmt. Weil die ist so ein Schmarrn daher. Denn vielleicht wollen die Leute lieber uns hören. Eine Wunschvorstellung. Ich weiß. Das ist so, wie schnell ich bin. Ja. Ja. Affenartige Geschwindigkeit. Boah. Voll weggeblockt. Hey, wieder Freistoß. Freistoß selber? Ich glaube, Freistoß. Noch einmal, Freundchen. Noch einmal. Späze. Na, das war der Elfer. Das frage ich dir doch. Ach. Nein. Du hast. Du hast. Hä? Ja, das kann nicht sein. Also wir haben das anders gesehen. Aber das hat der Linienrichter entschieden, habe ich gesehen. Mei. Wir müssen mehr spielen. Weil unsere Spieler nicht so schnell sind. Und da hinten konzentrieren. Sehr schön. Das gefällt doch, oder? Ja. Du hast immer Angriff ist die... Boah. In der Regel ja. In vier nimmst du es nicht auf, Freund. Mei. Sollte ich schießen? Meid. Ich gehe vorbei. Ich hau drauf. Nein. Schade. Mit so einer Grotten schlecht. Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich komme nicht mehr hin. Ich sehe fix. Die Linie, Linie, Linie. Soll. Ah. Ecke. Ecke. Ich glaube nicht. Gestriffen. Keine Stimme. Nein. Jetzt nicht. Oh, jetzt nicht. Ja, klar. Gegen Barcelona ein Kopfballduell gewinnen. Das geht ja gar nicht. Mich wundert mich ja, dass es immer noch 0-0 steht. Habe. Glaubst auch, ja. Aber irgendwie... Boah, hast du gesehen, wie der Ball... Den... Cool gemacht, ja. Das erwischt man vielleicht den Ball. Absolut. Ja. Ja, ich habe ihn noch umgehauen. Perfekt. Warte. Aber ich glaube, das zeigen sie nicht. Warte, doch, doch. Bestimmt, oder? Bats. Er hat doch den auflaufen lassen. Mal gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Es war ein Auflauf Spanier. Ich glaube schon, ja. Es gibt kein anderes Stadion in der Demo-Version. Leider. Ja. Ja, es kamt nun. Ah, die besten Sehnen. Info. Sie haben uns kaputt. Von was ist denn der vorne links so erschöpft? Ja. Man kennt da halt echt keinen. Nein. Warte. Orion. Das ist der Inhaber von dem Sexgeschäft. Warst du nicht alle zwei. Ja, weißt du... Ja, ja. Orion. Da in der Mitte, Rebuyer. Da gibt es doch jetzt eigentlich den Wehrpunkt. Rebuyer. Der Fünfer in der Mitte, meinst du. Den Rebuyer. Ja, ja. Jetzt klicke bitte weiter. Okay, ja, ich klicke weiter. Ich klicke weiter. Es geht weiter. Bevor wir noch weiter abschweifen von diesem Thema. Wir sollten uns auf dieses Spiel konzentrieren. Kommt. Schauen wir doch. Wissen wir eigentlich schon, wann es rauskommt? Gibt es schon einen offiziellen Termin? Basti, du bist der Besser inkommiert. Ich bin gerade konzentriert. Hey, geh mal unter von meinem Rücken. Nein, ich mag deinen Rücken. Toll. Schön. Schön. Hey, Traum. Rikelme. Rikelme warst. Sag, Basti. Hast du schon was gehört? Wann kommt das Spiel offiziell raus? Wann ist Release-Termin? Ende des Monats. 27. Weißt du oder vielleicht? Okay, du bist dir gerade nicht sicher. Ich merke es. Ich bin konzentriert. Ah, okay. Aber dafür wissen es ja die zu Hause besser. Ja, natürlich. Oder vielleicht sage ich nur das Verkehrte, damit sie mir das Spiel nicht von der Nase wegschnappen. Du hast es bestellt. Verraten alle. Ja, ich weiß. Vorbestellt. Und die Play-Sessions. Nehme ich mit. Ah, jetzt rennt der mir rein. Wir gewinnen. Es steht 1 zu 0. Kannst du dir das überhaupt irgendwie... Nein, ich traue mich nicht. Ja, schau her. Schön konzentriert. Und stellt sich vor den Mann beim Pass. Das ist schön in die Mitte rein. Ich komm. Jawohl. Feines Happy-Fressi. Fein. Gigliotti. Nein, ich muss es mir verkneifen. Da war es die Flugbahn. Die Flugbahn. Das war Wahnsinn. Wie kannst du nur solche Flanken machen? Das ist ja Wahnsinn. Und es ist 2-0 hier. Banana. Merdelsau. Nein. Die fliegen nicht hin bei der Grätsche. Haben die das rausgenommen? Oh, fein. Gott sei Dank. Ja, kaum. War ja nicht gut. Good work. Boah. Das war gut. Aber das war auch wieder so eine Banane. Die Flugbahn. Die ist nicht mehr so wie bei dem anderen. Der kommt auf einmal schon. Schau mal, wie der runterkommt. Der Torwart hat auch ein gutes Vertrauen. Ja, gutes Augenmaß. Kantert jetzt drüber. Oh. Xavi geht raus. Gegen Cez Fabricas. Nein, das wird ja immer besser. Oh. Oh, fast. Schön. Körperkontakt. Körper. Körperbetontes Spiel. Und die fallen nicht mehr so um. Nein. Bei FIFA 13 ist auch immer so künstlich. Ja, das stimmt. Die grätschen nur noch rein. So meinst du? Aber es steht 2-0. Ich kann dich beruhigen. Puyol wird ausgelöst. Ich schluck Wasser in der Kurve. Oh, wie kannst du? Häckseln. Der ist eigentlich fertig. Ich weiß es nicht. Da hing doch einer am Hang. Da hing einer voll am Hang. Und 2 sogar. Okay. Gut. Ein Moment. So sollte man es nicht machen. Nein. So, Stürmer. Wer ist denn? Stürmer 2? Ja, 56. 71. Und Riquelme. Mittelfeld. Ja, nehmen wir den. Bast. Hauen wir wieder gern. So, wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir jetzt wieder Spiel anfangen. Ja, ja. Raushauen, raushauen, raushauen. Jawoll. Sehr angeschön. Hatschen. Sehr gut. Pass auf. Ich hau einen raus. Bin ich zu langsam. Ich auch. Na ja, Zufallsprodukte, gell? Ja, cool. FIFA 14. Mhm. Hat der, ja? Sehr gut. Abseits. Ja, das war aber echt knapp. Da war, ich glaube, da war gerade ein Grafikfehler. Der Himmel war schwarz. Ja, ich glaube schon. Gott sei Dank haben wir es aufgezeichnet. Ja. Liebe Freunde, wir gewinnen mit den Boca Juniors 2 zu 0 gegen den großen FC Barcelona. Wir hoffen, ihr habt so viel Spaß wie wir. Und wünschen euch noch einen wunderschönen... Schaut, da ist der Himmel blau. Warte. Vielleicht kommt da nochmal ein Schwarz in der Wiederholung. Der war echt gerade schwarz. Da könnt ihr nicht drauf schwören. Der kann nicht in Schwarz jetzt kommen, weil es bei der Aus... Stimmt. Glaub nicht, dass der denn aus... Stimmt, stimmt, stimmt. Aber... Das hat auch gut ausgeschaut. Okay, Freunde. Danke, das war's. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.